Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und heute das allererste Mal mit einem Dachfondsmanager und das ist der Thomas Polach. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Tim, vielen Dank, dass ich als erster Dachfondsmanager im Podcast sein darf und freue mich auf deine Fragen. Ja, da habe ich natürlich eine ganze Menge, weil wir das Thema natürlich noch nie berührt hatten und freue mich da dann mit dir einzutauchen. Vielleicht aber erstmal kurz ein bisschen zu dir. Vielleicht, wer bist du, was hast du bislang so gemacht und was machst du heute sozusagen? Wir haben ja schon quasi jetzt mit dem Dachfondsmanager angeteasert. Ja, also aktuell, also in meiner jetzigen Position bin ich bei der Harberger Asset Management, bin verantwortlich für zwei Dachfondsstrategien. Wenn ich jetzt mal die Uhr zurückdrehe, wo es denn angefangen hat, also es ist schon sehr lange her, ich glaube 1993 war es, da habe ich meine Ausbildung zum Fluggerätmechaniker abgeschlossen. Also ich komme gar nicht aus den Bereichen Finanzen. Also für mich war die Faszination Fliegen und ist es auch nach wie vor. Also das ist so nach den Fonds. Mein zweites Hobby oder Leidenschaft ist das Fliegen oder Mitfliegen und sich mit der Luftfahrt auseinandersetzen. Ja, dann kam es aber, ich glaube das war so 1994, damals junge Familie, wenig Geld zusammengespart, glaube ich 2000 D-Mark. Bin zur Bank gegangen und habe gesagt, so ich möchte jetzt Aktien kaufen, weil man damit gigantische Renditen macht. Also deutlich mehr als es damals gab. Damals gab es, glaube ich, 8% bei der Bank Genossenschaftsanteile. Also verrückt, das war immer noch zu wenig. Und so kam ich in das Thema Investment, Aktien. Die Bankberaterin hat gesagt, naja, also mit 2000 D-Mark ist es schwierig, da ein Aktienportfolio zusammenzustellen. Und ich soll mir einen Fonds kaufen oder einen Fonds investieren, habe ich auch gemacht. Das war damals der Unifonds, also ein in deutsche Aktien anlegender Fonds. Ich bin Sternzeichen Steinbock, praktisch im Januar geboren und der hat so die blöden Eigenschaften, der muss den ganzen Sachen immer auf den Grund gehen. Und ich habe dann angefangen, mich mit dem Thema Investmentfonds zu beschäftigen, weil das war 1994, also damals war das ein völlig unbekanntes Ding. Und man darf auch eins nicht vergessen, es gab damals auch kein Internet. Also das kam ja so 1998, 1999. Davor gab es nichts. Davor gab es nur Börse online, diverse Magazine, dann die Publikationen von den Banken. Und so habe ich mir das Ganze geholt, was möglich war von der Volksbank damals und habe dann auch die dicken Jahresberichte durchgeblättert. Und so kam ich zum Entschluss, dass der Investmentfonds an sich ja eine super Geldanlage ist, weil es ermöglicht einen praktisch relativ einfach auf der ganzen Welt zu investieren. Das war so der Schnelleinstieg. Ich war ja parallel oder in der Luftfahrt und ich war dann so begeistert, dass ich mein ganzes Umfeld zum Thema Fonds beraten habe, unentgeltlich. Also das ist so mein Baby nach wie vor. Und das war natürlich während der Bundeswehrzeit die Frage, was machst du nach der Zeit? Also ich war acht Jahre bei der Bundeswehr, habe dort meinen Meister und Techniker gemacht in der Luftfahrt und habe aber dann festgestellt, das Thema Fonds reizt mich viel mehr. Und so bin ich dann, das war 2001, zur FWW nach München, die praktisch die erste oder ich glaube, das war sogar die erste Datenbank zum Thema Investmentfonds hatte. Und es kam ja immer mehr das Team Internet und Banken haben dann verschiedene Fonds, also nicht nur die hauseigenen Produkte vertrieben, sondern auch die Fremdprodukte. Und so habe ich dort den Research-Bereich aufgebaut, also den Analyse-Bereich zum Thema Investmentfonds. Nicht alle Investmentfonds sind gleich, die sind unterschiedlich. Es gibt gute, schlechte. Und man kann es dann entsprechend mit diversen Tools, ich sage mal, so vorausfiltern. Und das habe ich dort gemacht, zehn Jahre lang. Jetzt kommen wir ein bisschen vielleicht noch auf die Strategie zum H1 Flexible Top Select, also der erste Dachfront, den ich gemanagt habe oder managen nach wie vor. Die Strategie habe ich damals schon ins Leben gerufen, war dann zehn Jahre dort im Fonds-Research. Und irgendwann mal habe ich festgestellt, meine Lernkurve ist abgeschlossen. Also es gab nichts mehr Neues zu Fonds, habe auch Hedgefonds analysiert, also das breite Spektrum. Und habe dann auch eins festgestellt, es gibt nichts Neues. Also es wird nur neu verpackt von der Fondsindustrie und da muss man halt aufpassen, dass man da nicht zu auf verschiedene Themen springt. Und habe dann auch die Strategie vom H1, also die jetzt im H1 Flexible Top Select inbegriffen ist, entwickelt und wollte die aus der Theorie in die Praxis, war dann sieben Jahre bei einem Vermögensverwalter. Habe dort Mandate betreut, also Kundenmandate für wohlhabende Kunden und auch institutionelle Mandate. Und irgendwann mal kamen wir durch Zufall mit der Haberger-Gruppe, mit dem H1 Flexible Top Select, der praktisch eine neue Strategie gebraucht hat und so kam ich dann zu meiner jetzigen Position und manage praktisch seit 1.1.2017 den Fonds. Also so ein Schnelldurchlauf durch mein Leben. Sehr, sehr cool. Ja, da hast du auch schon perfekt die passenden Punkte angesprochen. In den Fonds und wie du den managst, möchte ich gleich nochmal im Detail einsteigen. Vielleicht einfach, um das Thema wirklich von ganz Anfang an aufzudröseln, steigen wir mal ein mit einer allgemeinen Definition. Was ist überhaupt ein Dachfonds und was sind quasi die Vor- und Nachteile von so einem Investment und an wen ist das eigentlich zielgruppenmäßig so gerichtet? Also ein Dachfonds ist im Endeffekt, man investiert, bei einem normalen Fonds investiert man ja direkt in die Wertpapiere. Im Dachfonds investiert man in andere Fonds. Also das ist der wesentliche Unterschied. Also man hat praktisch eine Ebene dazwischen, was jetzt kein großes Management dann mehr benötigt. Es entfällt zum Beispiel die Einzeltitelauswahl, wie es bei einem Aktienfonds ist. Der Aktienfondsmanager beschäftigt sich ja ständig mit den Einzeltiteln, hat meistens auch ein größeres Team, dann hat er Analysten und es entfällt alles. Das braucht man nicht, weil das kauft man sich ja ein, man investiert entsprechend in die Fonds. Der große Vorteil ist natürlich, man kann relativ einfach, gerade mit einem Dachfonds, in Strategien investieren, die für einen Privatanleger gar nicht handelbar sind. Weil es gibt Publikumsfonds, die praktisch bei der Bank gekauft werden können, was meistens ja die Privatanleger machen. Dann gibt es aber auch noch Fonds von Spezialisten, die einfach nur, ich sag mal, volumenbegrenzt sind, die auch nicht Milliarden aufnehmen können oder vielleicht ein paar Milliarden, aber nicht die große Menge und die kein großes, ich sag mal, Vertriebsnetz haben und die konzentrieren sich auf, ich nenne es mal institutionelle Mandate oder semi-institutionelle. Also man kann dann in solche Strategien investieren, die haben halt eine Mindestanlagesumme so ab einer Million aufwärts. Das ist praktisch der, ich sag mal, der Vorteil, der Nachteil ist natürlich, man hat, gut, man hat dann doppelte Kosten. Also man muss natürlich auch den Zielfonds kaufen, der ja auch Kosten hat, wie der Dachfonds. Also die Dachfonds sind von der Kostenstruktur höher, nur am Ende des Tages zählt die Rendite oder die Gesamtrendite und die muss halt passen, weil, ich sag mal, wenn man einen guten Manager hat, der, sag ich mal, deutlich besser ist als ein ETF und das gibt es auf jeden Fall auch, dann holt man diese zusätzlichen Kosten deutlich mehr raus. Also ein Beispiel ist, wir investieren in Trihaus, das ist ein Nebenwerte-Manager aus USA und je nach Strategie haben die eine Outperformance, also nehmen mehr Rendite zum Markt von 5 bis 10 Prozent pro Jahr nach Kosten. Also die bewegen sich beispielsweise in der Micro-Cap-Strategie, die nur in die ganz kleinen Unternehmen investiert, zwischen 18 und 20 Prozent pro Jahr. Seit 1900, ich glaube 96 gibt es die Strategie schon. Aber in die kann er kein Privatanleger investieren und die ist auch die meiste Zeit zu, weil einfach die eine gewisse Volumensgrenze hat und dann machen die die Strategie zu und so kommt man ab und zu mal an ein bisschen Volumen oder dass man da ein bisschen sich zukaufen kann. Also das ist so der Vor- und Nachteil eventuell eines Dachfonds. Ja, das hast du ganz gut dargestellt. Du wählst nicht die einzelnen Aktien aus, sondern stattdessen die Fondsmanager. Und da stellt man natürlich dann ganz andere Fragen. Wie gehst du jetzt persönlich sozusagen vor, wenn du Fonds analysierst und auch die Manager dahinter? Guckst du vor allem auf die handelnden Personen, den Track-Record, den die haben oder was sind da die Indikatoren, die du dir anschaust? Die Indikatoren, es gibt schon einiges an Indikatoren, die man hat oder die wir haben, die über die mittlerweile wirklich Jahrzehnte sich aufgebaut haben. Im Endeffekt, das Grundprinzip ist, investiere in Spezialisten. Also nicht in einzelne oder in einen, der versucht, die ganze Welt oder die besten Aktien aus der Welt zu finden, ist relativ unwahrscheinlich, dass er sie findet. Weil ich glaube, börsennotierte Aktien sind ungefähr 50.000 auf der ganzen Welt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass man sie findet. Wir konzentrieren uns bei unserem Ansatz praktisch auf einzelne Spezialisten, die wirklich nur einen Marktbereich abdecken. Sei es, wie erwähnt, amerikanische Nebenwerte machten halt einer oder zwei Manager. Dann Japan, Deutschland, deutsche Aktien extra. Also wirklich dem Manager seine, ich sag mal, seine Gesamtmenge reduzieren. Weil wenn er sich halt nur auf 700 Aktien konzentriert, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass er die Aktien auf jeden Fall deutlich besser kennt oder die Unternehmen besser kennt. Und auch, dass er, ich sag mal, ja, die Richtigen findet. Also das ist so ein Auswahlkriterium. Also für mich kommt praktisch ein weltweiter Fonds nicht in Frage. Einfach aus dem Grund, wenn ich diese Spezialisten zusammenbaue, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass das Ergebnis besser ist. Es ist aber keine Raketenwissenschaft. Das ist auch eine ganz normale, ich sag mal, Geschichte oder eine normale Regel aus dem Leben. Man kann auch so einen weltweiten Fondsmanager wie mein Hausarzt ansehen. Der hat gegen jedes Wehwehchen irgendwas. Wenn man aber irgendwie ein Problem hat, dann geht man halt zum Spezialisten. Und zu einem Spezialisten, sag mal, wenn man es am Knie hat, dann geht man halt zum Orthopäden. Und dann kommt das zweite Auswahlkriterium schon. Auch beim Orthopäden, wenn ich zu einem hingehe, nehmen wir mal an, Tim, du hast irgendwas am Knie. Gehst du zu einem, der gerade vielleicht frisch von der Uni kommt und sagt, ja, ich weiß, wie es geht. Theoretisch, ja, kein Problem. Sie sind halt der Erste, an dem ich es dann probieren kann. Oder zu einem, der sagt, naja, also ich mache das schon seit 20 Jahren. Und Tim, du läufst danach garantiert wie ein Reh wieder. Schau mal deinen Nachbarn, den habe ich auch schon operiert. Also diese Erfahrung ist wie im normalen Leben das A und O. Also das ist das zweite Auswahlkriterium. Eine lange Erfahrung in dem Bereich, was er macht. Das ist eins. Und wenn man sich dann das Ganze anschaut, dann kommt man zum Ergebnis, dass man sich wirklich auf einzelne Boutiquen, also auf eher mittelgroße bis kleine Unternehmen oder Investmenthäuser konzentriert. Also die großen, ich nenne es mal jetzt die EK, Union und so weiter, die es in der breiten Masse gibt, die finden da keine Verwendung, weil die praktisch alles Mögliche machen und sich nicht auf eins konzentrieren. Und vor allem, wenn es auch inhabergeführte Unternehmen sind, dann ist die Arbeitseinstellung eine ganz andere, als wenn ich in einem großen Konzern unterwegs bin oder da angestellt bin. Wenn ich praktisch nur eine Strategie habe und ein gewisses Team habe, dann tue ich mein Bestes, damit ich weiter vorankomme. Und wenn ich jetzt, sag ich mal, beim großen Haus bin, dann kann ich mich auch mal entspannt zurücklehnen und mal nichts machen. Da schwingt ja auch häufig mal so eine Skin-in-the-Game-Frage mit. Gerade die Kleineren sind ja dann doch auch häufiger nennenswerter an ihren eigenen Fonds, jeweils beteiligt, würde ich jetzt erwarten. Das ist auch noch eine Sache, klar, wenn man sich die Eigentümerstruktur, also im Endeffekt, die sind auch bei sich selber beteiligt, meistens zu 100%. Also ich habe mein Geld auch nur in den zwei Strategien, die ich manage und das war es dann auch schon. Ne, und was auch eine gute Erkenntnis, wenn man sich mit dem Markt oder mit dem Fondsmarkt beschäftigt, dann ist auch noch ein Auswahlkriterium, dass wirklich derjenige vor Ort sein muss, also direkt, also ein Deutscher, wer deutsche Aktien managen tut, muss halt in Deutschland sein. Derjenige, der US-Aktien macht, muss halt in den USA sein und entsprechend auch in China, weil es ist ja auch, genau das hier ist ja auch logisch irgendwo, ich muss ja immer schmunzeln, wenn manche versuchen, aus Deutschland irgendwelche asiatischen Aktien zu managen, wo ich sage, ja, das ist ja nett, aber Asien ist ja Kultur anders, Schrift anders, alles anders, Zeitverschiebung und, 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 und da willst du die besten Aktien rausfinden oder die besten Unternehmen, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Deswegen, das ist ja genauso, wie wenn ein Chinese aus Hongkong deutsche Aktien managen würde, geht auch nicht. Also das ist auch ein Grundprinzip, dass derjenige wirklich vor Ort sein muss und entsprechend von dort aus agiert, weil man kriegt das auch ganz anders mit. Also ich sage mal, die deutsche Unternehmen, die kriegst du ja genauso mit in den Medien, in den Zeitungen, im Internet viel stärker als irgendwelche, ich sage mal, chinesischen Nebenwerte. Ist auf jeden Fall auch effizienter, wenn man mal vor Ort vorbeischauen möchte oder sich treffen möchte mit den Unternehmen und die Vorstände kennenlernen möchte. Das ist, sage ich mal, als Deutscher in Asien jetzt auch nicht gerade so einfach, wenn sie dann zumindest überhaupt Englisch sprechen sollten. Das ist unmöglich. Also da kann ich dir so viele Geschichten, also ich sage mal, ein Kurzbeispiel vielleicht, wir investieren ja in eine deutsche Strategie, die wirklich nur deutsche Aktien macht und die zwei, die es machen, die kennen alle Vorstände, die Unternehmen seit 30 Jahren auswendig praktisch. Die wissen nicht nur, was das Unternehmen macht, sondern wo man auch beim Vorstand aufpassen muss, wie er spricht und was er sagt und wie er es dann meint. Also das geht schon so weit. Und eine andere Anekdote vielleicht hat mir auch mal einer, der es versucht hat, in Asien zu managen. Da ging es irgendwie, war er beim chinesischen Unternehmen, also tatsächlich hingeflogen und war an so einer Konferenz. Die ging zwei Minuten auf Englisch und dann haben sie auf Chinesisch umgestellt. So, und dann war es das Thema vorbei mit Informationen für Ausländer, die nicht Chinesisch können. So eine Erfahrung hatte ich selber auch schon mal auf der Arbeit in Sachen Spanisch gemacht. Da wurde dann das Meeting die ersten zwei Minuten auf Englisch gehalten und danach habe ich halt noch Spanisch verstanden. Das kann ich gut nachvollziehen und ich kann mir auch gut vorstellen, welcher vor das ist. Dann, wenn ich so ins Factsheet reingucke, dann sehe ich es, es könnte der Plato vor sein und den Roger Peters, den hatten wir tatsächlich auch schon hier im Interview. Also, wenn du schon mit dem, wahrscheinlich Roger Peters gesprochen hast, dann kennst du ihn ja auch und ich kenne ihn ja schon seit einer Ewigkeit. Also, es ist auch, ich sag mal, ein Auswahlkriterium oder das Auswahlkriterium ist, sich auch mit dem beschäftigen und auch eine lange Zeit, ich sag mal, bevor man investiert, die Analysearbeit uns, sich damit macht, dass man praktisch danach nicht mehr so enttäuscht wird, dass es dann doch nicht so läuft. An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen und zwar Exboro. Hast du dir schon mal überlegt, in Immobilien zu investieren und es dann doch wieder verworfen, weil die Hürden für dich zu groß waren? Wäre es nicht schön, wenn du in Immobilien investieren könntest, ohne Immobilien zu besitzen? Genau da kommt unser Werbepartner Exboro ins Spiel. Denn hier hast du die Möglichkeit, in die attraktive Asset-Klasse Immobilien zu investieren und dich an passenden Projekten zu beteiligen. Dich erwarten attraktive Renditen von bis zu 9% pro Jahr bei kurzen Laufzeiten zwischen 12 und 36 Monaten. Und als führende Plattform mit einem vermittelten Volumen von rund 1,15 Milliarden Euro setzt du auf einen Partner mit entsprechenden Erfahrungen. Als Hörer des Investor Stories Podcast erhältst du zusätzlich einen Willkommensbonus in Höhe von 150 Euro auf dein erstes Investment. Weitere Infos dazu findest du, wenn du unserem Link folgst. Willst du direkt loslegen? Dann geh jetzt auf investorminostories.de slash exporo oder klicke auf den Link in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge. Also Roger Peters, die zwei, kenne ich. Und den Christoph Frank, die kenne ich, also den Fonds seit, ich glaube, 2000. Den habe ich schon zu meiner FWW-Zeit, also im Fonds-Research, schon gekannt. Und ewig, gefühlt 15 Jahre mindestens. Das ist ja auch ein guter Kandidat für Outperformance tatsächlich. Insofern kann ich auch gerne nochmal die Folge verlinken, wenn er auch nochmal reinhören möchte. Jetzt aber natürlich zu deinem Fonds und sage ich mal auch generell, wie geht man Diversifikation an? Das ist ja jetzt, sage ich mal, schon eine Grundgeschichte vorausgesetzt. Wenn man einen Fonds hat, dann hat man gleich in mehrere Fonds investiert, hat man auf jeden Fall eine ganz andere Diversifikation, als wenn man jetzt nicht 20 Einzelwirte picken würde. Wie siehst du das Thema Diversifikation, insbesondere in Regionen und vielleicht auch Strategien oder so? Was ist da das Thema für dich? Also für mich ist, sage ich mal, die erste Frage ist, wie kann ich eine gute Rendite langfristig erzielen? Weil, ich sage mal, die meisten investieren ja in Aktien mit keine Ahnung irgendwas und haben kein Ziel vor sich. Oder kein Ziel, das eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass es erfüllt wird. Sonst hätte ja keiner Zoom gekauft im Jahr 2021, als die Aktie ganz oben war, wo es ja viele gemacht haben. Im Endeffekt ist der erste Grundgedanke, den ich schon seit, ja mittlerweile seit dieses Jahr, werden es 20 Jahre sein, in die großen Regionen Amerika, Europa und Asien relativ gleichgewichtet zu investieren. Aktuell ist es ja so, dass, ich sage mal, die meisten Investoren sehr US-lastig sind. MSCI World hat 70% USA, also es ist kein Weltportfolio, sondern US-Portfolio. Ich mache das gleichmäßig, weil ich weiß ja nach vorne hin ja nie, was laufen wird, welcher Markt sich am besten entwickeln wird. Und wenn man sich die letzten 20, 30 Jahre anschaut, gibt es immer so Wellen, wo mal eins läuft und das andere wieder nicht. Nur im Nachhinein weiß man es, vorher weiß man es nicht. Ich kenne auch die Zeiten, wo Asien ganz super gelaufen ist oder Europa. 2003 bis 2007 war ja Europa das Thema. Also da war USA überhaupt nichts, weil der amerikanische Markt ist zwar, hat sich entwickelt, positiv, aber die Währung hat das Ganze völlig auf Null gesetzt. Also man hat praktisch mit amerikanischen Aktien von 2003 bis 2007, glaube ich, kaum Renditen gemacht. Mit europäischen aber deutlich mehr. Die Märkte haben sich ja teilweise um 150% entwickelt. Also es gibt immer so Wellenbewegungen, wo mal was läuft, wo man nicht, wir haben ja praktisch seit 2009 wieder, dass USA sehr gut läuft bis jetzt. Ist halt die Frage, wie lange es so weitergeht. Wenn natürlich alle dann in dem Markt drin sind, kann es sein, dass wieder was anderes läuft. Und oder das ist der Grund, warum praktisch ich in der Strategie schon immer mit einer relativen Gleichgewichtung der Regionen das Ganze verfolge im Aktienteil. Die Aktienquote liegt so zwischen 75 und 85%. Einfach ist dafür da, dass wenn der Markt mal nach unten geht, dass man was zu nachkaufen hat. So, das ist die regionale Quote. Dann wird so circa 50% in Nebenwerte investiert. 50% in große Werte. Also wir haben eine deutliche Übergewichtung in Nebenwerte, was uns von der Rendite her die letzten zwei Jahre gekostet hat. Aber langfristig sind halt die Nebenwerte die besseren Unternehmen, weil einfach sich ein kleines Unternehmen sehr gut oder besser entwickeln kann als eine Nestlé vielleicht, ein großes Unternehmen. Was man auch berücksichtigen muss, ist bei Nebenwerten, dass viele Unternehmen einfach aufgekauft werden mit einem großen Aufschlag. Also von den großen, damit die überhaupt noch weiter wachsen. Und das ist praktisch die zweite Aufteilung oder die zweite und dritte, also Gleichgewichtung der Regionen, 50% Nebenwerte und so 75 bis 85% Aktienquote. Und das gibt mir eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass einfach eine sehr gute Rendite dabei rauskommt. Also meine Zielrendite ist zwischen 6 und 8%, was ja schon sehr hoch ist. Aber damit hat es die Strategie bisher über die letzten 19 Jahre, dieses Jahr werden es 20, erreicht. Dann geht es noch vielleicht noch auf die Frage noch mit verschiedenen Strategien. Also wir haben nicht nur einen Portfolio Manager für US-Nebenwerte, sondern meistens zwei, um einfach unterschiedliche Strategien zu haben. Weil manchmal läuft der eine besser, manchmal läuft der andere besser. Dann gibt es Phasen, wo der eine eine Outperformance generiert. Dann gibt es wieder eine Phase, wo der andere. Und damit tut man das Ganze ausgleichen oder ein bisschen mehr glätten. Auf jeden Fall. Das nimmt ja, sage ich mal, noch mal mehr Volatilität auch raus. Du hast es gerade eben angesprochen, ist es nicht alles in Aktien investiert? Ist dieser Teil dann in Cash oder in Anleihen oder Anleihefonds investiert? Oder worin ist das? Es sind, ich nenne es mal Defensive, das ist der defensive Baustein. Da ist auch der Gedanke, in verschiedene Strategien zu investieren. Also es sind zum Beispiel, oder die Bandbreite geht von defensiven Aktien, also Übernahmeaktien. Das sind praktisch Unternehmen, die schon sich in der Übernahme befinden. Also Sondersituation. Das heißt, Sondersituation, das heißt, ein Großer hat gesagt, ich möchte dir das Unternehmen kaufen und dann dauert es halt immer eine gewisse Zeit, bis die vom Markt verschwinden. Und diese Fonds spezialisieren sich halt auf diesen, wir geben sie erst her, wenn wir noch ein bisschen mehr kriegen. Und das geht dann vor Gericht und, und, und. Und irgendwann kriegt man halt noch einen Schnaps mehr. Das sind zwar Aktien, aber sind vom Markt losgelöst. Das ist eins. Dann investieren wir auch in, in, ich sag mal, Versicherungsanleihen. Das sind Cat-Bonds oder Nachanleihen, also Katastrophenanleihen. Also eine ganz andere Anlageklasse überhaupt, die sich völlig anders verhält, wie der Aktienmarkt. Dann auch in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, bis in den High-Yield-Bereich. Also wirklich die komplette Bandbreite, was es da gibt, ist relativ gleichgewichtet, auch mit verschiedenen Strategien. Und da wird es angelegt, weil man könnte es natürlich in Cash auch haben, nur die letzten Jahre gab es halt nichts. Und so ein Einbruch kommt halt. Corona kam, ich weiß nicht nach wie vielen Jahren, und sonst würde das Geld ja einfach nur da liegen und keinen, keinen Ertrag erwirtschaften. Deswegen schon trotzdem Sachen, die eine gewisse Rendite trotzdem bringen. Und teilweise sind die fast ähnlich wie beim Aktienmarkt. Also wenn man sich das letzte Jahr anschaut, Katastrophenanleihen, also Cat-Bonds, die lagen bei 12%. Ja, das kann ich ja nur aus meiner Berufserfahrung sagen. Ja, uns jetzt im Vorgespräch tatsächlich gar nicht so sehr vertieft. Ich arbeite ja bei der Rückversicherung und dementsprechend sind so Cat-Bonds ein ganz großes Thema, aber unter anderem nämlich die erste Abteilung, wo ich damals das duale Studium da gemacht hatte, wo wir nämlich Rückversicherungsverträge verbrieft haben, dann nämlich als Katastrophenanleihen und andere Geschichten. Sehr, sehr spannende Asset-Klasse, natürlich auch, ja, wirklich absolut unkoreliert. Das Interessante, sage ich jetzt mal, ist, du hast eben jetzt auch so ein bisschen das Renditeziel angesprochen, mit 6 bis 8%. Da könnte man jetzt ja natürlich ketzerisch daherkommen und sagen, der MSCI World hat jetzt in den letzten Jahren als ETF auch diese Rendite, wenn nicht sogar leicht mehr gemacht, durch die hohe US-Gewichtung und, sage ich mal, auch Hochgewichtung der US-Large-Caps, die einfach in den letzten paar Jahren sehr gut gelaufen sind, ist natürlich in dem Sinne unfair, weil es alleine ja schon einen anderen Diversifizierungs- und Schwergewichtspunktgrad hat und dann muss man das ja auch immer in dieses Risikorenditediagramm, sage ich mal, in dem Koordinatenfeld einordnen. Aber was würdest du zu dieser Argumentation sagen, ETF-Rendite gegen aktive Fonds und insbesondere dann auch Dachfonds? Naja, kommen wir vielleicht noch kurz auf den MSCI World. Ja, er hat eine tolle Rendite erwirtschaftet in den letzten Jahren. Wenn man sich aber jetzt mal nüchtern anschaut, wer diese Rendite mitgenommen hat, also wenn man sich den MSCI World ETF an sich anschaut, die meisten, oder ich würde sagen 95% sind erst nach dem Jahr 2010 aufgelegt worden. Also man hat dann praktisch eine komplette Linie nur nach oben, als der amerikanische Markt gelaufen ist. Hätte man aber ein ETF oder schon seit 2000, dann wird keiner das Ganze anfassen, weil dann würde man sehen, dass man praktisch bis 2010 eine deutliche negative Rendite erzielt hat oder bis 2009, weil dann auf der Dollar und 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 eine Rolle gespielt hat. Also wir leben oder wir haben ja praktisch die letzten zehn Jahre eine Rendite von amerikanischen Aktienmarkt gehabt und der Dollar ist brutal stark geworden. So, jetzt ist die Frage, geht es noch weiter so unendlich oder nicht? Das muss man sich die Frage stellen. Es ist ein 100% Portfolio, was auch in den letzten Jahren nicht so geschwankt hat sogar, also sogar mit deutlich weniger Schwankungen, nur man muss sich halt auch die Zeiten davor anschauen, wie der MSCI World, der Index an sich früher gelaufen ist. Und da sieht man ganz andere Sachen. Und vor allem, wenn man sich dann auch das Volumen von beispielsweise vom iShare MSCI World ETF anschaut, dann ist so richtig Volumen reingekommen im Jahr, ich glaube so vier Jahre. Davor war fast gar nichts drin und den gibt es sogar schon länger. Ich glaube seit 2006. Der hatte, glaube ich, im Jahr 2009 oder 2010 ein Volumen von 40 Millionen. Also das war völlig uninteressant, weil natürlich auch 2003 bis 2007 Europa gelaufen ist und der MSCI World nämlich gar nicht. Da hätte man gar nicht. Und wenn man sich lustigerweise auch noch vielleicht eine Anekdote anschaut, was die, was Stiftung Finanztest damals empfohlen hat, waren aktive europäische Aktienfonds, die sehr aggressiv waren in der Zeit. Also gerade 2007, wenn man sich die Top-Liste anschaut, waren es nur europäische Aktien. In MSCI World war da gar keine Rolle oder gar nicht die Rede. Zum Thema ETF an sich. Ja, es ist halt ein Instrument, das passiv einfach den Markt abbildet, dass, wenn man sich die Welt anschaut, wie sie weiter wächst oder wo auch das Wachstum herkommt, das ist in Asien und das ist gerade mal mit zehn Prozent da drin enthalten. Also man läuft da immer hinterher, was zwar jetzt gut gelaufen ist, es ist halt immer die Frage, nach vorne hin wird es auch so passieren? Und man muss halt immer noch eins berücksichtigen, man ist halt mit 100 Prozent Aktien unterwegs, was in den letzten Jahren super gelaufen ist. Nur, wenn halt alle irgendwo mal drin sind, dann ist halt die Frage, wie es dann weitergeht. Ja, das ist in der Tat die Sache, insbesondere dadurch, dass das so automatisiert halt natürlich auch läuft und wenn jetzt tatsächlich Massen an Privatanlegern in der Krise mal ETFs verkaufen würden, dann würde das ja auch durchaus dann Druck auf den Gesamtmarkt ausüben, wovon ja, sag ich mal, auch Nebenwerte dann auch weniger korreliert mit wären. Eine andere gemeine Frage, die ich stellen wollte, hast du quasi schon den Wind aus den Segeln genommen? Und zwar die Frage nämlich, kann man nicht einfach selber direkt die Fonds kaufen, die in dem Dachwertefonds drin sind, aber hast ja schon gesagt, viele sind gar nicht für Privatanleger erreichbar und natürlich ist es dann auch zusätzliche Arbeite, die ja sozusagen mal du übernimmst. Insbesondere kannst du ja auch natürlich ganz anders mit Formel-Jagern interagieren, als es der Privatmann vielleicht kann. Ja, man muss halt auch immer eins berücksichtigen. Ich finde es ja immer nett, wenn Privatanleger schon versuchen, ich sag mal, ein Portfolio selber zusammenstellen. Ich habe es ja auch früher gemacht, ohne, ich sag mal, ohne System, damit habe ich ja angefangen. Nur, wenn ich mir jetzt mal die Zeit zurückdrehe, ich sag mal, selbst du, wie viel Zeit hast du dafür, um sich Fonds anzuschauen, um sie wirklich gut zu kennen, dass ich weiß, die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass die Strategie aufgeht. Weil es gibt immer Wellenbewegungen und meistens, der Privatanleger liest es ja aus Zeitungen und da kommen ja gerade die Sachen, die super gelaufen sind. Weil da spricht jetzt zum Beispiel keiner von China, weil wenn sie jetzt einen Privatanleger oder sich das Ganze anschaut, ja, der würde sagen, hey, der kann mal nicht investieren, weil das ist ja alles so schlecht und, und, und. Aber von solchen schlechten Nachrichten kommen ja irgendwann mal gute und dann kommt die richtige Rendite. Und was man natürlich auch, ich sag mal, berücksichtigen muss, ist auch vielleicht noch zum Thema ETF und aktiv. 20 Prozent sind nach wie vor besser als die Benchmark und 100 Prozent der ETFs sind schlechter als die Benchmark. Also das wird auch gerne vergessen zu sagen. Und es ist aber auch ein Pareto-Prinzip. Das ist halt ganz normal. 20 Prozent der Ärzte sind super, dann haben wir ein Mittelfeld und dann gibt es Ärzte, zu denen würde ich nie wieder hingehen. Und Privatanleger, ja, es ist schön, wenn man sich damit beschäftigt, aber man hat halt nicht die Zeit. Man hat ja einen Job und ich gebe ja immer den großen Rat den Privatanlegern, bevor man sich stundenlang, tagelang mit der Geldanlage auseinandersetzt und es selber versucht zu machen, sollte man sich überlegen, ob man nicht vielleicht gerade die Zeit in Weiterbildung, dass man im Job vorankommt, weil mit der Weiterbildung, mit dem, ich sag mal, rumrecherchieren und kriege vielleicht ein bisschen mehr Rendite. Bisschen. Eventuell. Aber wenn ich im Job weiterkomme, dann habe ich einen ganz anderen Hebel, weil dann kann ich vielleicht anstatt 100 Euro 500 Euro sparen. Und das ist halt schon ein ganz anderer Hebel. Also man sollte sich schon auch viel mehr darauf konzentrieren, was man tatsächlich wirklich gut kann. Und Geldanlage ist zwar nett, es ist immer so ein Spielchen, da noch Aktien zu machen. Also ich versuche es selber nicht mit Aktien, weil mein Aktiendepot, was ich mal hatte, lief schlechter als meine Strategie. Ist ja logisch, weil es gibt halt so viele und alle sind verlockend. Am Ende muss man ja auch, sag ich mal, das finden, was man kann oder sag ich mal, was einem auch Spaß macht. Also wenn mir jetzt das Thema Aktien und so weiter nicht Spaß machen würde und ich sozusagen meine Arbeitszeit auch noch von der Rendite abziehen würde, dann wäre die auf einmal ziemlich schlecht. So schaffe ich es aktuell zumindest, den Markt noch ein bisschen out zu performen. Und ich denke tatsächlich, dass es vielen so geht, aber insbesondere dieser Punkt, den du genannt hast mit dem Job und dass man sich darauf konzentrieren sollte, wo der größere Hebel ist, das kann ich absolut unterstreichen, weil in der Regel, wenn man jetzt noch nicht irgendwie Millionär ist oder so und einfach nur noch sein Geld verwalten könnte, möchte, und dann ist es für die meisten Personen tatsächlich schlauer, im Job voranzukommen, mal zu wechseln, irgendwie Führungspositionen zu ergreifen, wenn einem die Opportunität entgegenkommt oder auch, sag ich mal, neben Gewerbe, neben Business, wie jetzt hier vielleicht ich mit dem Podcast zu starten, weil das natürlich deutlich eher, sag ich mal, einfach eine generelle Investmentgrundlage überhaupt erstmal schafft, die man dann vielleicht zwar zu weniger Rendite investiert, aber dann halt mit einer viel größeren Menge kommt dann trotzdem unterm Stich mehr rum. Eben. Zurücksetzen. Sehr, sehr schön. Dann würde mich natürlich nochmal interessieren, wie viele Fonds hast du denn insgesamt, sag ich mal, im Portfolio und sag ich mal, was ist da für dich eine gute Menge und gibt es da auch irgendwie zu viel oder zu wenig? Ja, also aktuell im H1 Flexible Top Select sind um die 40 Fonds mal mehr, also mal zwei mehr, zwei weniger. Das ist so eine Menge, wo man sie, wo ich mich gut fühle, es sind keine großen Positionen, aber auch keine zu kleinen, dass man, dass es keinen Mehrwert gibt. Also 40 hört sich vielleicht viel an, aber das, sag ich mal, bei dem Volumen kann man das schon, kann man das ganz gut handeln, weil der Kerngedanke ist halt, verschiedene Strategien in ein Portfolio zu mischen, zum Beispiel der Europa-Teil jetzt im H1 ist, da ist auch Osteuropa mit dabei, was auch kaum einer überhaupt auf dem Radar hat, hat sich übrigens letztes Jahr besser entwickelt als die Nasdaq, also die Strategie, die wir drin haben, hat 46 Prozent letztes Jahr gemacht, obwohl es langweiliges Osteuropa ist, also Polen, Ungarn, Rumänien, in der Gegend. Dann haben wir praktisch Schweiz extra, weil Schweiz ist auch so ein Markt, der, ich sag mal, von deutschen Fondsmanagern eher untergewichtet ist, also auch so einen Ausgleich wieder zu schaffen, dann verschiedene Nebenwertestrategien und noch unterschiedliche Large Caps, also große Strategien, gefühlt würde ich sagen, haben wir da ungefähr so 10, ohne das jetzt ganz durchzuzählen, also durch diese Diversifikation und das reicht auch, also das ist schon sehr gut diversifiziert. Sind das eigentlich eher Generalistenfonds oder sind das teilweise auch welche, die sich auf bestimmte Branchen spezialisiert haben, also jetzt so Biotech-Fonds oder was auch immer? Also wir investieren tatsächlich gar nicht in Sektoren oder Themen, weil einfach es zum einen recht schwierig ist, das Thema selber zu durchschauen und man muss natürlich eins berücksichtigen, die ganzen Fondsmanager, in die wir investieren, sei es Europa oder USA, die haben ja das Thema Biotech und die ganzen Sektoren ja schon mit drin und nur die haben einen Überblick, wie sind denn die Unternehmen natürlich zu anderen Sektoren bewertet, ist es vielleicht nicht gerade viel interessanter, in den Consumer-Bereich zu investieren, weil der so schlecht ist von den Kursen her, weil da jetzt nicht der Fokus drauf ist und von den Bewertungen her, gut, die Unternehmen sehen besser aus, also das machen wir gar nicht, vor allem es ist auch ein Widerspruch aus meiner Sicht der eigenen Investment-Philosophie, weil das mit den Regionen, das ist ja die Strategie, die wir machen, wo ich dann über lange Jahre das praktisch die Strategie aufgebaut habe, wenn ich jetzt sage, ich nehme jetzt mal Technologie rein, auch ein gutes Thema, kann ja jeder damit was anfangen, alle freuen sich, finden alles toll, dann sage ich im Endeffekt, ich bin ja schlauer als der US-Manager zum Beispiel, weil Technologie ist ja sehr US-lastig, ich bin ja viel schlauer als der, weil ich tue es ja seinen Technologieanteil ja noch mehr erhöhen als er, also es findet immer praktisch eine, ich sage mal, an Generalisten, aber in den einzelnen Regionen oder Ländern. Alles klar, ja, perfekt, ich glaube, damit haben wir es eigentlich schon ganz gut durchdrungen und ein gutes Verständnis für die Strategie geschafft, dann würden mich natürlich nochmal meine Lieblingsfragen abfeuern, ich habe die eben schon vorgewohnt, was würdest du denn vielleicht als deinen größten Fehler bislang mal investieren bezeichnen und was hast du daraus gelehrt? Also beim Investieren, die Fehler, die kamen ja in meiner jungen Zeit, also so, wahrscheinlich so ähnlich wie du bist, damals hat ja, habe ja den, den neuen Markt ja erlebt, von Beginn bis, bis zum Untergang, ähnliche Zeit, so wie die, die, die extremen Tech-Werte in der Corona-Zeit, also etliche Prozent nach oben und dann wieder nach unten, ich hatte auch eine Aktie, mit der habe ich 600 Prozent gemacht und auch nicht mit einem kleinen Betrag, also es war schon recht hoch und dann kam natürlich die Gier und die Gier ist, war damals, naja, man kann das Ganze ja noch hebeln mit Optionen, nur Optionen haben halt auch den Nachteil, man kann da mit einem großen Hebel nach oben, aber die können relativ schnell auch wieder wertlos werden, also damit habe ich einiges an Geld in Sand gesetzt, dann habe ich diese Aktie verkauft mit einem riesen Gewinn mit diesen 600 Prozent, das war 2000, das war Mitte 2000 und dann habe ich mir gedacht, okay, investierst es halt in einen Technologiefonds, weil der muss ja jetzt irgendwann mal wieder drehen und das Ganze hat halt nochmal wieder 90 Prozent Minus gemacht, also auch eine Lehre daraus ist natürlich sich nicht von diesen Geschichten ja, ich nenne es mal anfixen lassen, weil die hören sich alle toll an, es gibt aus meiner Sicht, ich kenne kein Thema und auch kein Unternehmen, das eine schlechte Geschichte hat, weil sonst würde es ja das Unternehmen von vornherein nicht geben, also jedes Unternehmen schreibt ja über sich, wir sind die Besten, wir sind super und und und, das schreibt ja keiner, wir haben, wir sind schlecht, eigentlich nicht investierbar, wir gehen bald pleite, macht ja nicht, selbst Wirecard, gutes Beispiel, hat ja bis zum Schluss ja, war es ja noch ein Top-Unternehmen in Deutschland, also das ist so, die Erkenntnis daraus ist einfach für mich jetzt keine Option zu machen, Einzeltitel kann ich auch, meine Strategie ist besser mit den Fonds, also konzentrier dich da drauf und nicht mit Einzeltiteln spielen, und ja, im Endeffekt wirklich eine Strategie haben, das ist das aller, aller Wichtigste und zwar die Strategie überdenken, immer wieder, ob es immer noch zeitgemäß ist, aber daran festhalten, auch eine Zeit lang, wo es gegen einen läuft, weil wenn die Nebenwerte jetzt zwei Jahre lang nicht gelaufen sind, könnte man ja auch sagen, naja, okay, wir wechseln jetzt, wahrscheinlich ist es dann der Zeitpunkt, wo dann die Nebenwerte wieder anspringen und sich deutlich besser entwickeln. Also, im Endeffekt, ja, das war so das, das schlechteste, was ich, oder die schlechteste Erfahrung, ich glaube, meine Frau damals, wenn sie gewusst hätte, mit welchen Beträgen das war, da hätte man ja 2000, hätte, hätte ich sie gefragt, hätte sie gesagt, ja, mitnehmen aufs Konto, wir kaufen ein halbes Haus dafür, und es ist dann wieder fast, auf ein, ja, auf ein Fünf, es war dann wieder fünfstellig, also, ich sag mal, das waren irgendwo, glaube ich, 200.000 D-Mark damals auf 15.000 wieder runter. Also, das war die krasseste Erfahrung und deswegen springe ich auch nicht mehr auf solche Themen auf, die sich toll anhören, man muss dann immer nur eine gewisse Zeit warten und dann kommt es schon wieder runter. Ja, warten muss man häufigerweise auch auf den Erfolg, aber irgendwann bildet er sich dann aus, was würdest du vielleicht als deinen größten Investmenterfolg oder auch generell Lebenserfolg bezeichnen? Investmenterfolge sind langfristig einfach an den, an den Nebenwerten festhalten, also gerade so, so, die Strategien, sowas wie jetzt wir, wir im H1 drin haben, mit dem, mit den Drehhausstrategien, die sind schon verdammt gut, also die haben in der, in der Corona-Zeit, haben die 70 Prozent ungefähr plus gemacht, beide sogar, also die Micro-Cap, haben dann wenig, haben dann auch verloren, aber nicht so stark wie, wie die Tech-Fonds und sind jetzt gerade in diesem Jahr wieder sehr gut schon unterwegs, also das würde ich so als, als Erfolg bezeichnen und, ich sag mal, an der Strategie festhalten langfristig, weil sie geht auf und aktuell ist sie, glaube ich, bei 7,8 Prozent seit 19 Jahren, was ja schon für kein 100 Prozent Aktienportfolio ist, recht interessant und vielleicht auch noch das Thema Osteuropa, wir hatten es seit, ich glaube, 2019 im Portfolio, hat sich normal entwickelt und gerade im letzten Jahr stärker als, als die Tech-Werte, als die Nasdaq. Es gibt ja auch tatsächlich interessante Tech-Werte sogar in Osteuropa, das ist dann die, die Kreder-Lakre. Das ist schon, das ist schon, aber wenn, zu dem Thema auch, gut, da gibt es, gerade Polen ist da ja sehr, sehr führend, muss man, und auch das Baltikum. Virtualna heißt die, die ist aber auch in dem Osteuropa-Fonds. Deswegen, also es ist auch. Also derjenige weiß es auch. Sehr, sehr gut. Nur an die kommt man sowieso, glaube ich, gar nicht ran, oder ich weiß nicht, wie man die denn handeln könnte und wenn, dann hat man einen brutalen Spread auch auf die, also praktisch Geldbriefspanne, ist dann schon recht ordentlich. Ja, das muss man dann schon an der Lokalbörse in der Regel handeln und dann ist halt die Frage, wie viele Privatanleger haben halt wieder Zugriff. Obwohl es ist tatsächlich besser geworden, muss man auch sagen, dadurch, dass jetzt so Neo-Broker wie Trade Republic auch sehr stark europamäßig expandieren, schließen die tatsächlich auch immer mehr lokale Börsen an und das hilft natürlich dann auch den Deutschen, aber in der Tat, also gerade ja auch Nebenwerte generell, da sollte man ja sowieso immer mit Limit agieren, weil durch Liquidität und Marktenge kann das sonst ganz schnell in die Hose gehen, wenn man da nicht aufpasst. Genau, aber es ist ein anderes Thema. Ja, damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende. Ich glaube, wir haben hier einen ganz guten Rutsch durch alles durchgemacht. Ich danke dir ganz herzlich an den tollen Einblick, den du gegeben hast. Den Link zu deinen Fonds, den packe ich natürlich auch in die Show Notes, wer sich da so gerne weiter informieren möchte und sich die mal anschauen möchte, der kann das dann tun, einfach unten reinschauen und auch gerne zu dir. Ich weiß nicht, kann man dich irgendwo erreichen Social Media mäßig oder bist du da unter dem Radar unterwegs? Nein, also selbst, wir haben ja selbst die H1 Akademie auf YouTube seit Ende letzten Jahres gestartet, wo ja diverse Interviews auch mit eben mit den Zielfondsmanagern zu bestimmten Themen mit drin sind und auch Updates zu unseren Strategien. Also da haben wir jetzt mal angefangen, um das Ganze einfach der breiten Masse zu öffnen, was wir intern immer gemacht haben. Also da sind wir auf jeden Fall zu finden mit den ganzen Kontaktdaten Xing linked in Facebook. Sehr gut. Dann füge ich das natürlich auch hinzu. Und genau, vielen lieben Dank dir und zum Abschluss hast du natürlich das letzte Wort oder du magst, kannst du auch noch einen Ratschlag oder Weisheit mit auf den Weg geben? Ja, die Weisheit, die habe ich ja schon erzielt, im Endeffekt macht, konzentriert euch viel mehr auf den Job, weil da habt ihr den großen Hebel mit dem Thema Geldanlage. Weil wenn wir aus 1.000 Euro mit 100 Prozent habt ihr halt 2.000 Euro. Wenn ihr dann irgendwann mal 100.000 habt und 100 Prozent macht, dann habt ihr halt 200.000. Also erstes auf den Job konzentrieren und dann, wenn man Lust hat und das noch als zusätzliches Hobby dann die Geldanlage mit bisschen rumspielen, aber sich auch einen vernünftigen Plan einfach machen und dann wird's auch was. Also es ist langfristig schon möglich Millionär zu werden, was man sich nicht vorstellen kann, aber es ist tatsächlich so, wenn man Geld spart, lang genug und vor allem früh anfängt, dann kommt schon was Gutes dabei raus. Die Magie des Zinseszinses. Genau, das, was sich die wenigsten vorstellen können. Also vielleicht auch das hier, sich einfach mal einen Zinseszins Sparplanrechner mal anschauen und damit spielen eine gewisse Zeit, dass man sieht, was aus Geld geworden ist, weil die meisten können sich's gar nicht vorstellen. Vielen lieben Dank und bis denn. Ciao, ciao. Danke Tim und auch den Zuhörern, dass sie so lange zugehört haben. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit Gleichgesendten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach Investor-Stories.de slash Community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tim.